Hehehe, Rommel Jetzt kommt einfach ein Video, okay Let's go, let's go! Ihr seid süßn! Nannchen, Mingatsch, herrlichen Erzahn Wie schön, dass ihr da seid! Hallo, hallo! Hallo, hallo! Alles klar, alles klar! Jetzt start die Runde! Hallo, hallo! Wir müssen warten. Da ist der Eingang! Abbiegen! Boah, erfährt denn, dass ihr so komische Lenke habt? Wer ist denn vorne? Erzahn! Hahaha What the fuck? Ich bin frech Warum bist du frech? Achso, weil du... Warum würde so weit weg kommen hier? Ja, aber warum... Ach guck mal, das sind so 50 kleine Minimax, sehr cool! Hallo, wartet mal auf mich! Hallo! Mio! Wie warten! So leicht gemacht! Ja, Arsch, wir sind schwack auf der Brust! Ach du Scheiße! Mehr Fruchtzwerge essen! Nein! Ich bin zu schlecht! Sonst bleibt ja die Fruchtzwerge, wie ihr Essen braucht! Hallo, amigo! Ah ja, die sind voll klein geworden, ey, wenn du überlegst. Ja, ja, die sind weil damals so klein geworden. Als Kind hast du sie so groß gefunden und jetzt? Ich kann mir vorerst auch vorstellen, dass die auch so überkleiner geworden sind über die Jahre. So heimlich. Alles, alles. Ja, auch diese... Alles. Ähm, wie heißen die nochmal? Diese... Ähm, Mingo, wieso, bist du schon da? Ähm, Mingo? Diese... Aus dem Kühlregal von Kinder. Wie heißt diese komischen, ähm... Mierpferde. Äh, Kinder, Herr, Fresh. Ja, genau, die war ja früher, ja, genau, die war ja früher, ja, so ein Mierpferd. Ja, ja. Ja, Pechkeabringosch. Nein, nein, wir können mal kurz mal neu starten. Also, ähm... Ähm, und die haben jetzt so gemacht, dass man teilen kann jetzt, aber dabei fehlt irgendwie 10% vom Produkt. Das ist den gleichen Preis. Ja, auch die, ähm... Nestrick-Dinger sind auch kleiner geworden, diese... Die Wimmelstädte sind diese Nestrick... Eigentlich ist alles für Mogelpackungen geworden. Nestrick sind auch eigentlich voll gut, äh, lecker, ja. Ja, Hanuta auch klein geworden, alles eigentlich. Ja, das ist so ein Lächerschwecher. Und alles billiger und alles teurer, sobald noch teilweise. Kleiner geworden und teurer geworden. So. Und was wir als Kind, äh, gut fanden, wurde abgeschafft. Ja. Unika. Dieser, äh, Ufo-Joghurt. Ufo-Joghurt, den kenn ich glaube ich nicht. Das war so ein Joghurt und in der Mitte war ein Spielzeug immer drin. Ich bin... Das kenn ich nie. Hey! Komm gerade nicht auf den Namen, wie es hieß. Er ist wieder vorne. Ja, Nadys first. Ja, ja, er sagt, er sagt, er sagt, er sagt uns. Oh Gott, ist auch nichts fest. Nein! Oh nee! Ich will mein Holborn wieder haben. Dann her. Neustart kaputt. In 2, okay. Nein, das kann man Neustart machen. Nein, nein, alles gut. Also 1, 2. Das passt doch. Oh nein! Viel zu schwach, what the hell? Oh mein Gott, Foyhughurt. 2, 2 nochmal. Er ist weg. Geifi, Geifi. Geifi, Schmeifi. Oh, jawolloh. Holmwani. Jetzt muss ich weiß. Oh, er solltet umstecken. Gibt's nicht. 3. Ich auch, 3. Nice. 60 FPS, Vico-Manager. Holmwani. Easy. Alter. Der ist stiller. Mahlzeit. Och. Mein schön. Alter, ich mein, hier, ey, ey. Der erste Röpste, mein Stream. Alter, mit 4. Ganz auf. Schlagen. 60 FPS, Vico-Manager. Ja, ja, Mann. Uff. Höh. Er ist entfliegt einfach rüber. Wollen wir mal der PS einstellen? Ja, komm. Aber, na. Das war knapp. Ja, aber. Was ist das? Ich hab mich schon da liegen sehen wieder. Ah, wir sind drüber gezogen. Na. Durch. Ich mach nochmal schneller. Ja, hinterlegt. Ich wollte nicht mehr. Alter, ich hab kein Bock. Ich spiel das Ding nicht. Oh, ha. Nein. 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 Ich muss mich, ich muss mich besatteln. Warte, fuck. Aber jetzt aber. Ja. So weit bepacken müssen. Oh, nee. In 6, Alter. So recht. Ey, Kamera. In 6 einfach so schlecht. Nein. Oh. Ich hab meine Stärkrankheit nicht mehr unter Kontrollalo. Bitte helfen Sie mir. Bitte gib mir Stärke. Gib ihm Spinat. Ding, danke schön, ey. Boah, gibts doch nicht. Irgendwann? Nochmal in 6, ey. Ich mach, ich bin nicht letzter. Gut, wir haben uns noch schlagen, aber. So, und. Und. Und ich bin in 5. 1. Meine Stärke ist gleich, ich kann nicht so packen. Boah. Nein. Alter. Boah. Boah. Es ist. Er war geweiht. Höh, Alter. Die Maps der Previous. Arnoyle hat alles raus. Ui. Oh mein Gott. Geil. Ich will den das Große. Ich will den Scroo machen. 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 Ins Große. Ins Große kann man bestimmt auch spielen, ja. Ich will den Scroo machen. Ja. Oh, beides nicht. Das sind nicht der Wicke sind scheiße. Muss ein bisschen anschneiden. Alter. Ich will den Scroo machen. Ich will den Scroo machen. Ich will den Scroo machen. Ja. Ja. Hau. Beide. Oh, ja. Okay. Boah. Nein. Danke für ein Glück, Angie. Bis später. Bisschen besser. Es ist hole in one meine Freunde. Es ist hole in one. Boah, Alter. Fand ich hier gut zu schlagen. Von der Stärke her. Ach, Ersam macht auch hole... Oh, Ersam macht riesen Abstand. Wollt mir die Map angucken. Ersam wollte schon mal zu zwölf. Nein, zu fest! Nein! Oh, Warte! Wie ging das denn? Oh, Nein! Alter, das gibt es ja nicht. Nein! 17! Ah, Nein! Oh, Nee! Schade, Schade! Aua, Aua! Ich war noch... So ein bisschen fester. Ja. Bye! Aua, 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 Aua! Und dann kommt Ersa an und macht jetzt wieder Loch 17. Ersa, aber fest nach... Ja. Und Tain. Ja, fast. Du kannst... Du kannst eigentlich... Oder so. Ach, warum mach ich so ein Loch? Ah, so ist das so. Das ist hole-in-one! Gibt's nicht. Sehr hoch! Drei Roller! Hehehe! Jetzt kommt Ersa und haut hole-in-one rein. Äh, hole-in-one. Ersa schaut sich wieder an! Und dann ist die Map-Mix für mich. Das ist so leicht hier zum Schlagen. Ersa braucht Maps, wo sie zwei Kilometer weit schlagen muss. Ach, wieso? Hehehehe! Ich glaub, ich muss das Bubamaus-Bakir hinlegen, ey. Ja, aber ich hab mal... Nein, ich häng da oben fest, ey! Wenn Ersa Bubamaus mit raus wird, dann macht's ernst. Nee, dann... Hast du nicht geklärt? Schlage ich dich zur Geste. Jawohl, Ersa. Ich will tief die Schläge... Es ist aufwärmrunde. Jep. Oh! Große Loch! Nein! Hole-in-one! Und rein da! Aus dem Handgelenk schlägt man den! Aus dem Handgelenk! Da gibt's Schneemap! Oh, da gibt's Schnee! Vielleicht kommen wir da auch noch hin. Da gibt's immer einen 50. Ja, da kommen wir auch noch hin. Da haben wir doch schon gespielt, Käthe. Die, ähm, kommt unbekannt vor. Haben wir? Ja, haben wir. Kann sein, aber ich... Ja, dann ist die, die wir letztes Mal zusammen gemacht haben. Das letzte Mal? Ne... Oh, das gibt's nicht! Gib mir doch den Olaf! Das ist die wohl mit diesem komischen BRSD. Achso, ne, danke. Ja! Alter, mit 7! Ich bin letzter! Kann nicht sein, ich bin letzter! Ich bin letzter! Junge, was ist das denn hier, ey? Ich bin letzter! Nicht so... Ich muss weiter oben gegen die Wand! Genau so! Aber ich bin fester! Aber nicht so fest! Ja! Genau so! Oh, oh! Platsch! Oh, warte! Fuck! Die Kante getroffen! Alles auf! Upsa! Das war ein bisschen zu fest, Leute! Das war ein bisschen zu fest! Ja! Hier! Hallo, Mingo! Was mit 3? Wer ist offline? Wer ist offline? Wer ist offline? Ja, in 1! So muss das! Wer ist offline? Arara? Arara? Nein! Oder wer? Ihr Pokémon-Game! Das Pokémon-Game kannst du doch abspeichern! Ne, das Twitch-Pokémon-Game! Ach so! Ich bin letzter! Maaann! Vom letzten Loch! 8! 8! 8! Ey! Mein Geber habe ich ausgemacht, der liegt hier! Alter! Junge! Träge ich... Oh! Wei! An die Seite muss der wen... Ich war heiß! Ersas ist nett! Entschuldigung Ersa! Ich wollte doch Blut! Alles gut! Nja! Ja! Mit Kante! Oh! Oh! Super Ersa! Ja! 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 Mit einer Chaos! Was ist super Ersa ihre Geheimfähigkeit? Schießen! Action! Oder... Ah Kamera! Oder... Na zu ver... Pfff... Prü... Prü... Prügeln! Ja! Jawoll! 3! Uh! 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 Mein Spielhang eben! 2 2 2 ist die meppe normal warum ist die meppe 3 er ist er holen worden ist alles ähm ja, wie direkt schon und alles wie misst alles? und fahrrad trotzdem ah fast hehehehe auch mit 2 er war nur durch und dann ins 2 ach du rot zack ja, ich mit 2 erste mit einem naja jetzt halt drauf mingo mit 3 es ist 3 also fang hei 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 leute ich heicho mit 2 warum warum nicht ein bisschen fester ja super mingo wow 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 erzer fliegt deiner Seite raus auch Respekt es tut mir leid rrrr rrrr ja, ja jawoll super erzer rrrr 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 rrr freck rrrr показыв rrrr rrrr Oh mein Gott. Oh ja! Perfekt. Komm. Oh, ich dachte schon. Du hast zwei. Ach du heilige. Und zurückgebounced. Alter. Ja. Vier. In drei einfach so ein Rot. Bisschen Windräder immer. Ne, das war ein bisschen zu leicht. Die Map ist aber immer so ganz leicht schlagen. Meistens. Ja. Dann hat man so ein Map-Code wirklich draufhauen können. So bam. Luke, wie weit ist dein Spiel runtergeladen? Mittlerweile. Oh Gott. Was für ein Spiel? Ne, Luke hat die ja auch runtergeladen. Ähm. Golfen. Golfen. Ah, okay. In zwei geschmalt. In zwei. Äh. Bam 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 bam. Und er hat ein Eins. Nice. Hm? Ob du dein Spiel schon fertig geladen hast? Absolut. Absolut. Ja. Wegenläufig. Ob du noch mitmachen willst? Ob es fertig ist? Jetzt. Wie es aussieht. Leider. Oh, jawoll. In eins. Ja locker. Easy. Bis auch. Perfekt. Jawoll. Yeah. Ja. Wie machen die Anderen beiden das? Ja. Lass mal gucken. In Goshiii. Oh. Oh Gott. Perfekt. Oh. Oh. Mein Gott. Ja, sieh da. Ja? Ja, wunderbar. Guck mal. Das ist doch easy. Kejo macht erstmal die 69. Aber wir sind zu schn... Oh, ein bisschen zu schnell. 1, 2, das ist doch schick. Ach, verdammt. Geh doch schneller runter. Dummer Würfel, ey. Dummer Würfel, ey. So. Geh doch. Ja, endlich. Schön gelocht hast du. Schön gelocht hast. Was ist das? Komm, wir müssen in den Sauger kommen. Ja. Na, sieht gut aus. Jawoll, das ist ein 1. Ah. Weih. Ja, den du siehst auch. Kein gesogen. Kein gesogen. Die sieht schon ein bisschen anders aus. Aber die schafft man doch auch locker easy. Genau so geht das. Jawoll. Ich als... Ich... Ich als... Äh... An... Anführer vorne weg. Hm. Sehr gut, Erza. Juhu. Erza. Schnell. Muss schreiben. Null. Ja. Ja. Gerade noch so beim... Zweiten Mal. Ach man, ey. Ich darf ja wohl nicht liegen bleiben. So. Ach man, das ist ja kein Coole. Hä? Hä? Hast du festgemacht, sonst wäre es so ein Wunderweg. Hä? Hast du schon gehört? Mhm. Wow, danke für das Kraut, die macht... Eigentlich gelogen. Oh, jetzt bist du zu fest. Hä? Hä? Äh. 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 Verdammt nochmal. Mhm. Äh. Äh. Oh, verdammt. Das brauchst du jetzt nicht. Äh. 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 Ich glaube, ich schlafe bei den Augen schon zu. Alles gut, endlich schlafen bis zum nächsten Mal. Hab ich lieb? Äh. Äh. Äh, ein bisschen zu schwach gemacht. Äh. Äh. Das muss eher so. Ich hab gerade was kaputt gemacht. Äh. 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 Ich bin zu stark. Äh. Äh. Achso, bald bin wieder mit der Medaille im Haus. Nein. Nein, ich hab gerade meinen USB-Stick geschrottet. Äh. Äh. Ich hab dich auch nix morgen nacht. Ja, nacht die QE. Oh, was hast du mit deinem USB-Stick schon wieder gemacht? Äh. Ich wollte den Deckel abziehen, aber ich hab den kompletten Stick auseinander gezogen. Ja. Ja. Jawohl. Zwei. Reinbar. Scheiße. Wieso macht man sowas? Haben schon nix dafür. Äh. Biss. M-m-m-m. Alter. Cheater, Mango. Ich hab auch nur n' Cheater älter und drei gemacht. Hahahaha. Wallerte. Rüber. Rüber. Kopf des über das. Grüne. Das ist ein richtiger Hacker. Richtiger Hacker. Reger Cheater. Das ist nicht richtig. M-m-m. M-m. A-ah. Komm doch rein. Nein, ich bin rausgeflogen. Na, was ein Trotz. M-m. M-m. Oh, ich bin stecken geblieben. M-m. 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 das ist geil gemacht das ist richtig geil gemacht kannst du schon ein bisschen schmack fester machen ja ein bisschen besser ja aber ja in vier geht das ist okay aber ich habe eine scheibe dahin gestellt man muss auf die mitte und dann stärker schlag ruhig richtig stark sie kann ruhig richtig kräftig habe ich gesehen weil du oben an die ja das war zu schwach ja ja doch nicht so stark das war so knapp leute ja jawohl gut eingeladen jawohl er ist aber rein da oh er ist so knapp er ist wieder zurück kann aber hier liegen bleiben also nicht weil es keine Wiese ist ja wahrscheinlich deswegen dann mach ich so er ist er hackt dann kann er wieder ausschlagen wenn er möchte er kann aber auch die flitzen an sich nehmen wäre auch besser warte dann ist er noch 8 Punkte vor mir ja nein zu spät voll Hacker ja wunderbar voll Hacker voll Hacker nein kein Hacker nix aber Ander liegt bei dem Zimmer anders deswegen warum schläfst du nicht weil ich ein Angebot bekommen habe Dolpe zu zocken und da mach ich das sehr gerne ach silly er liebt das ein Loch ja ach du heilige ein bisschen stärker wer steht noch außer Mingo ein wenig nach rechts mit Mingo ups der falsche koste mit Mingo ja da fängt noch nichts jawoll nix das passt so ich bin ich bin er ist schon wieder oben rüber oh endlich er super er mit Mingo mit Mingo mit Mingo Danke, dass du da warst, bis morgen, ich seh morgen 16 Uhr wieder, deswegen komm gerne vorbei im Podcast, morgen gibt's NKC und ein bisschen Conker zu Ende Spielen und vielleicht sogar YukiLayLeaders neue Spiel, YukiLay 2, weil bist du bei Conker? Ähm, fast zu Ende, ich bin jetzt da gewesen, wo ich in der Militärbasis drin bin, ich war in der Militärbasis drin, und da hab ich dann, ähm, durchgekommen, da hab ich dann diese komischen, ähm, bei diesen Erdbitteln überraschend gehauen, und da war ich im Panzer drin, da war ich da kurz am Ende, ähm, und was ich im Panzer bekommen hab, hab ich auch gehört. Ich hübsch über's Ziel hinaus, oh. Das ist sehr schön. Jetzt bin ich noch Mingoshi. Mimingo fehlt, ne? Ja, Mingoshi ist bisschen, ähm, ähm, hier, ne? Bisschen busy. Mimingosh? Mingo? Ich bin draus, das gibt's doch nicht! Wir sind alle drüber, gerupft. Oh, wir sind zu, wir sind zu... Äh! Alter, komm, stopp! Mann! Ja, geht doch! Ja, musst du die perfekte Stärke haben, damit du dich drüber rollst und dich einfach wieder zurück rollst. Ja, das ist schon nicht ganz einfach, die Stärke dazu bekommen. Ja, ich hab'se. Finde ich. Hi, äh... Nice, Erza. Ist noch ein Hit zum Unschütten? Ist der ein Hit zum Unschütten? Ja. So, jetzt hör ich euch wieder. Ooooooh! Ach, krass, noch drüber. Jawohl, es ist zu wippen. Ja, es ist fast vor mir. Ja, schön! Grüßen! Ich bin auch da. Ich war Hit. Schön, schön. So, das... Zwei... Zwei Finger Stärke und das wird nicht geklappen. Aha! Roll! Roll! Auf, du Haugen-seil. Oh, Mann, ey! Schade, schade. Oh! Du musst doch oben in die Rille rein. Zwischen in die Rille rein, ja. Ja, genau, so macht man das, Leute. Jawohl! Ja, Cage hat natürlich wieder gecheatet, ist ja klar. Genau. Ja, jetzt hat sogar auch gecheatet oder was? Aber beim dritten Versuch erst, ja? ich hab erst mal im dritten versuch ja weil du hast ein geodreieck vergessen ich hab keinen zirkel dabei gehabt weil das ja so rund ist zirkel und eine zeitung brauchst du auch eine zeitung sind auch eingerollt rund du musst da drüber und dann rein und dann machst du hole in one einfach aber das ist so ein ein stein einfach meine linie hier ich war einfach am rand und dann aber ich habe mich nicht zu festen aber nicht zu leicht machen ist das problem der er sei es ja auch krass die krasseste von alt hat nämlich die meisten punkte muss man doch sammeln oder körper aber jetzt ist meine starke oh scheiß holz man nein meine kraft verlässt mich meine kraft verlässt mich ach man muss so durch kommen sag mir das doch der teuer hat reingehauen ja ach ne stimmt ja stimmt einfach mit schmack ist rein lustreiß du walkst aftertum in classic ja ja einer ja komm wir machen wir let's gooo oh was hä hallo wer ist der rücken ach ne also die haben wir doch zu zweit gespielt ok was hallo ich kann ich kann ich kann ichs rücken du musst du DASD machen oder wenn du auf der rechten Seite rein bist dann musst du schlagen ne auf den linken Seite bin ich auch rein dann musst du eigentlich mit DASD was machen können äh also normalerweise ja ja ok Backpoint im Wettbewerb ist gar nicht so einfach das ist immer das feuerdinger ja warte mal aufs nächste Tab ja warte mal aufs nächste Tab ey ja warte mal aufs nächste Tab ey Reiner na wat what the hell du scheiss dreckst ding es hat mich rausgeschmissen iiih auf wiedersehen Keijo das gibts nicht es Ding hat mich rausgeschmissen ich bin da reinig wieder rausgeflogen ach komm on ich weiß nicht warum das Ding mich rausgeschmissen hat, als er nicht drin war schon wenn du 2 Minuten brauchst, kriegst du 3 Schläge plus klar hat er 14 Punkte, weil die Zeit gleich ausläuft Klassik wäre auch so ein kleines Loch gewesen ich bin letzter mit 170 Erza, du musst schreiben du musst schreiben, was? hier, Pokemon ich weiß nicht, hier zockt jetzt 2 Sachen gleichzeitig ok, nächste Map ich hab nur so ein Bärehau bekommen ich werde auch ein Oreo haben nächste Map ist das hier, da ist zumindest noch nicht angezeigt, dass sie gespielt hat, deswegen machen wir sie ein Patti 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 ein Pilz Wunderland Map na komm laden, laden, laden ich bin wieder müde ich bin wieder müde und, 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 und komm, komm, komm jetzt noch das hochladen, dann können wir spielen Golfin Golfschläger zulassen auch, äh, dauert so grad ein bisschen bei Schließt Verladen. Jetzt haben wir hier eure Bilder. Oh lecker, lecker. Ja, so wiii. Kann ich auch was abhaben? Weil bei ihr gehts grad nicht. Ich tue das Level ändern. Ich muss jetzt für meine Nichte, die in mein Geburtstag hat. Ach, Edzard. Okay, okay, okay. Eine Torte machen. Let's go! Und dann habe ich heute die andere gefragt, was die für eine Geburtstagstorte nächstes Mal hat. Die möchte eine Pikachu-Torte. Ich hätte gerne so eine Snickers-Torte. Und eine Raffa-Ilo-Torte. Ah, die habe ich auch schon gemacht. Ah, Erzard, ich glaube, ich muss zu dir gehen. Und dann machst du mir 20 Worte auf einmal. Ernst auf den 3. Ey, home! Oh Gott, war das viel zu fest. Direkt rein! War ja viel zu fest. What the hell? Und das tut weh. Drei einfach. Ich... 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 Ich im Holen im Holen. Ah! Ach, schade. Hätte klappt ein Turn, aber... Wollte nicht. Oh, nee. Das war knappe Kisten, oder war das? Hä? Oh, da habe ich es doch! Jawohl! Nee, hab ich es nicht. Warte, die Mitte macht die... Oh Gott, so ein Scam, so ein Scam die Mitte. Die Mitte ist gar nicht gemacht. Das dauert, dass man direkt reinzählt. Zwei... Dwei... Weil... Welcher Erzard? Und? Und sie hat es natürlich direkt. Erzard schafft er ernsthaft. Alter! Hexerei! Zwei! Oh, zu leicht. Hexerei und Zauber rein. Viel hängt gerade. In eins! Easy! Boah, okay. Die map ist nicht meiner. Na! Hole in one! Kaisho, ich folge dir! Hm. Letzere. Ein Kampfzauber. Viel zu viel Schläge! Na! Oh wow! Die 1 5, die tut schon wehen weg. Boah. So. Domingo? Ich bin schon da. Hole in one? Nein, ich habe zu schräg geschlagen. Ich dachte ich auch bei Erzard. Dann geht es doch rein. Nja! Anfeiern! Nja 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 nja! Von was für einer App? Höh! Höh! Oh, schade! Oh! Und Erzard geht rein. Kamp. Oh, jetzt war mal knapp. Ja. Ich bin auch so ganz knapp dran. Hallo! Bleib liegen! Bleib liegen! In den Schlitz rein auf. Ich freue mich schnell du geschlagen hast. Ehrsam! Sieben Minuten noch! Ja, nice! Oh! Als ob das passiert. Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Minimit zu fest! Ah! So nicht gleich beim ersten Mal? Bamm! Bamm! Rein da! So geht das! Jawoll! Hallo! Hallo! Hallo Minims! 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 Was? Was war das Geodreieck, Leute? Hacker Mingo! Mingo hacked! Da vorne! Bei diesem schwarzen Strich am weißen Pilz! Rechts! Am weißen Pilz? Ja geradeaus! Ach! Am geest! Ach so! Der hat nen Gehalt auf, wenn der drüber so auf! Ja genau! Ein bisschen fester ist es! So leicht! Aber sonst spielst du grad gar nicht Diablo, oder? Es sind hier verschiedene Löcher, die man anspielen könnte! Ja! Okay! Scheiße! Ne! Ach! Hör mal! Ah! 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 Daneben! Oh! Du warst mega knapp daneben! So! Ey! Aber sehr, sehr knapp! Ich mach da mal nen Hole in One, Leute! Ja! Super! Du musst einfach nur gerade ausschlagen! Ja! Schön! Ey! Bye-bye! Ich werde verhascht! Das ist bitter! Na! Prost! Immerhin oben! Das ist ja schon mal was! Ja! Und jetzt bitte! Soll ich dir mein Geodreieck ausleihen, Chris? Nein! Nein! Wasserwaage! Oder ein Zirkel! Ist mir ein Zirkel lieber! Nein! Oh! 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 Vollgasmacht! Nein! Das ist ne Beste! Ich will ein 1 zu machen! Da muss man schon Geodreieck haben! Ich hab meins nicht angewiesen! A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! Alle mit 2 und ich der Einzige der mit 1 und ich der Einzige der mit einem. Ist doch schön. Oh, ein bisschen zu fast, das ist gewesen. Oh, er hat einfach angefangen. Ich wollte mir die Welt ein bisschen angucken. Ich wollte den extra runterdrehen. In 3 Schlägen durch die Welt. Ja. Warum ist denn Golf, weil der einmal komplett über die ganze Erde Golf ist? Das wäre eine Lebensaufgabe hier machen könnte. Na komm, scheiß drauf. Soll ich liegen oder geht da hoch? Hallo. Hi. Oh, jetzt auch. Oh. Das war bitter. Oh, genau. Jetzt habe ich mal dritten. Egal. So. Passt. Ich bin 6. Ach, ging 6. So. Da. Da spielt der Pokémon. Ich muss alles an. Das hat mal aufgesetzt. Aber. Hm. Naja. Ich lockt natürlich wieder in einem 1, ne? Alles klar. Was ist das falsch? Was ist das falsch? Ja. Oh. Ein bisschen fester. Ich wäre drin gewesen. Schade, schade. So. Ja. Drei. Das ist ja ein Lächeln. Ich habe mich gerade angesteilt. Hallo, Mikro. Tschüss. Oh. Ja. Nein. Oh. 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 Du steilst mit dem Schleck. Mach. Roll rein du. Oh. Du blöde Sau. Du blöde Sau. Genau. Oink oink oink. Oink oink. Nicht so aggressiv hier bitte, ja? Oink 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 oink. Und wer ist das aggressiv du? Ach roll doch rein. Du lustig. Alter. Ich bin in die Mitte. Oh. Die Mann hat mich gerettet. Die Mitte. Ach schade. Ach Mensch. Ich bin in der Mitte als erster drin. Also heute wird nix mehr in erster Platz. Zumindest nicht auf der Map. Obwohl wir haben auch ne Menge Löcher. Aber ja. Heihe, ich 40. Ich 40. Mingo 34. Äh. Erser 34. Still ist auch viel zu fest. Schade. Oh. Oh ne. Wer geht nicht hier rein? wir benutzen das gleiche loch was mache ich da sowohl ich niemals auch leute so wird das gar nicht gar nichts oh ja geht doch ja also knapp kriege ich ihn alles klar party so kann ich aufholen drei schläge das schmerzt diese mapper kurze pinke pause nach der mapper ist eine kurze pinke pause vielleicht in holen gewesen wäre ich nicht ganz so stark und ein bisschen stärker geschlagen hätte nicht ganz so stark aber ein bisschen stärker nicht ganz so stark oder ein bisschen stärker da wäre ich genau reingegangen oder ich hätte auch gebraut also deutlich zu stark aber kommt in zwei ist ja nicht so stark kraftbar ok ich dachte schon was wäre es gewesen wenn ich da nicht rein nicht auch doch aber nur das ist der alles zwei schläge maps immer diese anschuldigungen auch wenn man viel stärker schlagen ich muss ihn wieder hin wo ist das einfach nur ganz stark oder nicht zu stark natürlich wie das was unterwegs keine ahnung bei mir legt es voll jetzt hast du jetzt hast es immerhin man könnte auch die weiße röhre die links ist aber geradeaus ist doch am besten er ist einfach mal reingedippt so halt ach nö ich hab umliegen ich bin auch umgegengebauen hier kann ich ja schon Punkte auffahren ich mach doch gar nicht so fest das tut weh das tut weh da liegen zu bleiben ich glaub ich geh nicht durch da muss man vorne an der spitze leute ich wollte eigentlich ins mittlere Loch gehen ich auch ich auch ich auch ich weiß nicht dass du da bist du bist Megastars ich hab auch einen Zuschauer von dir ähm warum dachte ich gerade Nadia ist hier oh irgendwann ja ja guck mal Chris hat schon 6,30 hier musst du eigentlich nur gerade schlagen nicht zum felsen dann gibt es eigentlich die warte mal ich weiß nicht wer würde denn freiwillig außen rum gehen ich nicht ich nicht ich weiß nicht man könnte glaub ich sogar die Wand nutzen damit man ja rauskommt aber es ist doch heiß und wer wird nach hinten schlagen was der fack ist das denn was ich kann nach hinten schlagen und Lira benutzen Bingo ja das freiglich aber das ist gerade ne wir werden dann ja Bingo ja also ich bin der lebende Beweis dafür dass es ich bin der lebende Beweis dafür Alter nie ich bin der lebende Beweis dafür ja Alter was für ein Lack man ohne Witz das ist doch alles geriggt hier das ist alles geriggt das ist alles ein Skript das ist alles ein Skript was ich gewinnen muss das ist doch mal ich bin ja jemand der ist Zyma ne ja du hast natürlich nicht Zyma lacht ne ne ist alles gescriptet das ähm ja 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 oh ok ok oh ok ok oh ok ok bei den Abkommensvertrag nicht mehr mitspielen dürfen dabei ne sie hat so ein Drehbuch in deinem flere mit Suppi schläge hä ja und jetzt oh so knapp aah man kann auch oben so gegen genau so machen so wie ich so genau oh oh mein Gott das freu jetzt man kann quasi oben sagen dann kann man so Videos coole mitnehmen ja ich bin fast umstecken geblieben fast umstecken geblieben fast umstecken geblieben hä ja oha ja ja so ja ooooohh ne oh mein Gott wir sind besser du hättest gehabt du hättest gehabt du hättest gehabt ich hab den richtigen Winkel gehabt aber ich hab so ja das hättest was gehabt ich hab so schwach geflogen oh gz erzer ne du bist bange du bist bange gz erzer Winkels mhm war nicht schlecht aber der war nicht gut oh oh der war auch nicht schlecht gewesen ah keijo sehr gut naja ein bisschen hast du den Dreieck nicht ausgepackt oder? ne der hat ihn doch nicht vergessen ja man kennt ihn man kennt ihn jazaa oh ich seh grad man könnte vielleicht hinten rumschlagen ja das ist scheiße ich bin drüber gesprungen das ist scheiße ja oh Gott deswegen hab ich rechts über die Kante genüfft bevor ich da irgendwie raus versuche ja wenn ich da die Mauer nehme aber nein das ist scheiße die Insel der einfach schlägt ey oh los ja das ist scheiße na das ist jetzt scheiße aber über Wande gehts auch hmhm ja oha danke fürs Grau lieber Fing oh fast dringig und die sind so schlecht wir sind so schlecht oh fast zu festgemacht Ah, gerne hin. Wenn die Krater ausgeht, dann die Kurve nehmen gehen. Na. Da hat's aufsteht. Abmalen. Wir sind jetzt hier in der Mitte. Die sind alle super nah zusammen. Oh, Alter. Was? Bingo. Hole in one, Webel. Kann entweder oben oder unten rein. Jumps to room, weißt du? Oh nein, warte, fuck, das Ding. Hole in one, danke. Ich hätte nie gedacht, dass das Ding so eine große Hitbrain schafft. Hole in zwei. Ach, ich auch. Naja. Ich dachte, ich krieg so drüber wie unten rein. Dann baut sich das Ding einfach mit Telepathie weg. Ach, es hat Geokineser eingesetzt. Was? Ja, so ungefähr. Rein da, ein, ein. Das rechte doch ist einfach, wenn du oben liegen bleibst. Bei mir nicht mehr da. Du rollst ja unten rein. Das rechte doch ist irgendwie... Ach, nö, zu leicht. War bei mir auch so. Ich bin auch ein Auffang. Wohin müssen wir? Drei Pfeile zeigen's an. Ich weiß wohin, ganz nach oben. Ach du Scheiße. Oh, ne. Ach, schade. Doch. Oh, schade. Oh, das war so knapp. Oh Mann. Komm, rein da. Ja. Rrrr. 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 Pst. Drei eigentlich, war das. Wie nah wie ein Zusammensinn. Ist richtig krass eigentlich. Aber weil's nur eine Map wo es nur zwei Eins, zwei, drei Schläge gibt. Oh lol. Einfach genau rein gedichtet. Also. Da brauch ich stupsen. Hach ich dir auf sie? Ja WTF ey mit dem dreifachen Bounce Verraste Verraste Leute Richtig geil Das war das Skript Haben wir doch natürlich markiert extra Wir haben ja Wir haben die Map schon 30 Mal gespielt Leute Dann haben wir immer geguckt wo wir nochmal hinschlagen mussten So und so viele Schläge zu machen Das ist alles super Das ist auch gespieltet hier Miaow Das ist nicht weil ich bin drin Hi Ich meine dass ich hier 3 brauche Das ist gespieltet Weil normalerweise wird sich hier ein 1 Wow ich bin rausgeflogen Ja komm Das ist auch gespielt dass ihr rausfallen soll Also warte Die Bounceigkeit hast du auch Wir wischen ja der linken Wand Einfach nur Geradeaus Und da weg 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 ich bin ja auch immer sicher als irgendwie da oben irgendwie hinten raus zu fallen also so nach drei zu brauchen oder so was mir ging erst mal die guten in die schräge so genau das meinte Das tut weh. Kehr dreieck Mengo. Raus holen. Alter, bleib liegen, bleib liegen. Oh Gott, Alter. Oh mein Gott, ey. Das war auch ein Kitzel. Alter, aber nicht ey. Soll ich mirus, mirusglaf war das. Ach du. Oh. Ah, halte Geschwindigkeit. Was? Was? Ja. Man kann auf Wasser bouncen. So hab's gespielt an. Oh. Können wir zwei Maps machen? Damit der Loop doch zwei Maps mitmachen kann heute. So zwei 18er Maps dann. Oder eine 50er, je nachdem was kommt. Ja. Hoffentlich. Oder glänzend. Ich. Ich auch unter der Map. Hehehe. Ja. Ach Luke, du musst noch, hab ich dich schon? Achso, ich hab ich schon, genau. Mingashi, du musst schlagen. Ich weiß. Metz dich, Trash. Oder der Endcrash, da passiert's halt. Geradeaus. Ich bin da was. Nein. Na, da muss er die richtige Geschwindigkeit haben, hinten nicht wegzubouncen. Ja. Ja, machen wir's halt in zwei. Ah, guck mal. Das ist doch okay. Guck mal. Fünf Schläge einfach auseinandernehmen. Krass, ne? Ja, und laden wieder das Loop ein. Ich bin mal vor Wingo. Ja. Goldfitt. So. Ich. Bist du schlafen? Guck mal, die haben wir noch nicht gemacht, ne? Guck mal, die haben wir noch nicht gemacht, ne? Sind, äh, auch vierzig Flächer. Wie bitte, Chris, was meinst du? Ich. Bin mal vier. Jetzt noch mal ganz, ganz kurz währenddessen das runtergeladen wird. AFK. Du meinst, ähm, Chris, du musst eine kurze Pause machen. Hast du gemeint, ne? Klo. Ja, Klo-Pause, hört sich gut an. Bis gleich. Ja, okay, bis gleich. Luke, ich hab dich eingeladen, sodass du eine Nachricht bekommen haben. Auf, auf, ähm, Passwort brauchst du kein. Einfach nur reinkommen. Einfach nur reinkommen. Du brauchst kein Passwort. Einfach nur weiter drücken. Genau. Einfach nur Enter. Es gibt schon Passwort, aber wenn ich dich einlade, dann kommst du auch so rein. Ich kann's gar nicht mehr. Ich kann's gar nicht mehr. Alles gut, Luke. Wenn du halt letzter bist, ist's gar kein Problem. Wie spielst du? Es ist auch Spaß. Ähm, wir machen uns diese Map noch, weil die hat vierzig Löcher. Aber es sind auch Halloween Worlds. Mal gucken, wie lang die bauert. Ich hab da so bestimmt so eine halbe Stunde. Deswegen, nach der Map reicht das für heute. Und Luke kann dann beim nächsten Mal öfter länger mitspielen. Weil er das Spiel, die er dann hat. Mal gucken, ob's funktioniert. Aber es ist eine kleine Pause. Bis gleich. Äh, Luke, wenn du in Discord invoist, sehr gerne. Ähm, kannst in den Warteraum reinkommen. Ich zieh, ich zieh dich dann runter. Bis gleich. Danke. Bis gleich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hi, Luke. Hi, Luke. So, ich bin wieder da. So, let's go. Achso, wer fehlt noch? Erza? Okay. Frage beantwortet. Noch eine Abschluss mit 40 Liter Map? Ich fühlte meine letzte Map nur nebenbei, ne? Ja, ja, auch meine. Ja, auch meine. Achso, die letzte. Es ist eine Crash bei mir, wie gesagt, da ist halt uhralpizzi. Mal gucken, wie wir uns da sehen. Okay. 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 Ich kann doch einfach nur Hall in One machen, wenn der Spaß. Wenn es eine Hall in One-Map ist, kann ich da reinmachen. Ne, Luke ist ja nicht, ähm, jetzt nicht, ähm, ja. Ich konnte leider kaum spielen, weil jetzt bei, äh, keine Ahnung, bei, äh, Loch 3 direkt gecrasht ist auf einmal, ich hab schon alles gesucht, äh, DirectX habe ich versucht, sie war über das ganze Normale, äh, Fehler prüfen, geht alles nicht. Amnyamnyamnyam, lecker Käse und Brot. Jeder da. Bibi. Sonst wird nur noch Elsa. Oder ist Elsa da? Nee. Aber, ich sehe gerade, ihr ladet gar nicht, ihr ladet alle nicht, äh, ihr ladet alle nicht runter, ne, sehe ich gerade? Ja. Dann nehmen wir eine andere Map. Nehmen wir eine andere Map. Wieder da. Hier geht's. Also ihr ladet einfach nicht runter, deswegen machen wir eine andere Map. Machen wir die. Schütten nur 18 Lache, aber, also auch okay. Laden, laden, wieder nicht. Ach, äh, noch? Doch, ich bin gleich fertig. Ja. Er ist erled, äh, das ist nicht, München. Ich bin fertig. Die laden alle laden, passt schon. Das könnte auch haben. Und ich nicht. Ich.. Ich.. Ah, ist gut gut. Mhm. Du bist auch fast fertig. Du bist fertig. Ja, aber 20k laden.. Du bist auf jeden Fall schneller fettiger als Chris, der muss wahrscheinlich noch mal neu rein joinen. Also vorher hat es auch ein bisschen gedauert. Oh man! Oh! Nice! Auf dem Ruder gehauen! Let's go! Dem haben es noch neues Futter gegeben. Drei Wege, drei Ziele. Oh! Man könnte allerdings die Wand einspannen und versuchen da direkt rein zu gehen. Aber ich will es nicht riskieren. Nein! Oh! Nein! Oh! Passt in ein! So knapp! Erza! Erza irgendwie! Erza ist genau so mantisch, dass er war. Erza! Erza mach! Man kann es denn eins schaffen, indem man einfach nur gerade ausschlaglich legt. Erza Magier. Erza Magier. Ja, ich wollte es mal versuchen. Ja! Erza werden Magier. Ja! Und he Mogier. Ich wollte es da auch schon beschlagen. Und? Ja, ich wollte es auch schon beschlagen! schau mal runter erst mal geradeaus und rein festgeschlagen Nein, er sagt. Hi. Ich habe auch gesetzt. Ich habe auch gesetzt. Super Mingo. Super Mingo. Test your skills links. Test your skills links. Entweder links ist skill oder rechts ist blüff. Ach, Pachingo. Ohne. Ach. Ich versuch's mal. Hä, und? Oh, komm. Komm, komm, komm. Ich nehme mir einen Lack, weil es war Spaß. Alter. Achso. Ist nur die Mittel. Nein, nein, nein. Komm, 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 komm. 5.000. Ja, ja, oh. Ready. Hallo. Nein, nein. Oh, ich bin drin. Alter, das habe ich ja All-in-One verpackt. So einen Lack hatte die. Am Anfang kannst du doch nicht immer rechts schießen. Ich habe halt mein Skill benutzt. Ich auch. All-in-One. Achso. Nee, ich habe mit Absicht runtergeschlagen. Aber kann mal oben holen ein bisschen? Er hätte wahrscheinlich nur gerade schlagen müssen, ne? Nee, leider nicht. Du bist mal da links vielleicht. Achso. Der Auber ist ein grüner Punkt, der anzeigt, wo du hinschlagen musst, Leute. Leuchtet sogar. Ja, von hier aus mal zu schlagen. Also gar nicht so einfach. Ich will mal's trinken holen. Ah. Boah. Boah. Da haben wir wohl wie schlecht. Ne? So. Wo sind wir denn hier aufnämmen? Das ist nur noch richtige. Eine Menge. Oh. Oh. Oha. Oha. Ups, war zu fest. Immer auch irgendwas. Ja, das creases. Ah. Stopp. Ich dachte gar nicht, wie du bleibst. Oh mein. Alter, da ist der Knall. Da hab ich sogar aufgeben. Oh Gott, da hab ich's fest. Ich bin drin. Ja? Ja? Oh, was ist denn für ein Mini da? Nein, du bist jetzt scheiße. Als ob ich so dumm bin. Engelstehenbau. Ja, bis jetzt. Ich will es nicht. Super, Asa. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Komm, Ingo. Hake daig. Geh heute die Reihe aus. Ah. Jawoll. Sehr schön. Er will den Sneezer-Scout. Es gibt verschiedene Löcher hier. Ach, der ist lebig denn. Also geradeaus kann man auf jeden Fall nicht. Weil da ist ein Walde dazwischen. Die verschiedenen Löcher hier auf jeden Fall. Ja. Sehr verschiedene Löcher. Ach. Das war nicht so geil. Alter! Das war schade. Boah! Das ist schon die eigene Map. Die eigene Map ist. Nein! Das ist verkleidender. Ja! 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 Ich werde das nicht in achten. Das muss ich wieder bisschen besser performen, Leute. Wenn ich noch erster werden will. Ja. Ein bisschen besser performen. Oh nein! Was ist das denn? Ach, die Hand! Die war bei mir nicht da. Ach. Die Hand. Ja. Hm, hm. Ich scheint doch zum kladen look bis hier. Ist doch super. Na! Man dann ins Loch. Und dann immer die Bounce, Bounce, okay. Ach du Häuser. Bounce, bounce, ja. Oh, ich hab's zu langsam gemacht. Nigger, schätzt es richtig. Oh, er ist geschafft. Als ob ich hier außen lande. What the hell? Was soll das? Also natürlich, ne? Ich fühle mich jetzt benachteiligt hier. Nachteiligt, hallo. Oha. Schau, der hat das. Ja, Luke auch da hinten. Was an der Wand ist, voll fies. No. Ersa auch. Oh. Oh. Ersa ist schüchtern, die versteckt sich hinter der Wand, weißt du? Ha. Ich bin drin. Meine Maus klappt nicht. Nein, nein, nein. Was ist so blöd, ich will zu viel. Waaah. Team Map ist ja mal merkwürdig. Ja. Weiß nicht, was ich unterhalten soll. Alter. Oh ja. Ey. Wieso bauen sie sich jetzt hier nicht? Oh Gott. Hier kann ich wenigstens stehen bleiben. Okay. Oh. Alles klar, übertreib halt mit den Plattformen. Äh, das ist äh, das ist schon crazy shit hier. Oh Gott. Alter, ich knall halt dagegen. Das ist halt, äh, neun. Ohhhh, nein, ein Top. Alter. Das ist ne paar 20 Map hier. Keine, keine, keine paar 5. Oh. Jaaaa. Ich bin drüber gefühlt. Oh ja, endlich drin. Alter, mit neun, alter. Boah. Hier hätte man Punkte gut machen für neuer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du und ich hatte 12. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh verdammt. Also die, die war schon schwer die Map. Äh. Alter. Oh ja, sagst du beleid. Ohhhh. Hihi. Jaaaa. Ach komm, das gibt's doch nicht, du rehlendige. Und dann gibt es WB-Ruf. Mwah. Äh, äh, ist er schon wieder runter. Sehr gepufft. Nja. Ahhhh. Hast du's? Oh ja, das ist auch so. Oh mein Gott. Du bist hier rechts liegen. Jawohl, er ist er. Nice. Oh Gott, ich kann die Schläge. Naja. Ja, also bei der drecksen der Keiser stehen, dass man da nicht reinkommt. Mutz drinnen etwa. Und Luke, und Luke ist noch was dabei, so Schlag anstatt du hast es abgekürzt? Er sagt Catch. Ah ne. Ja, mein Gott. Jawohl, endlich. Ah nein, du hast ne Zeit mehr. Ah nein, keine Zeit mehr. Ah nein, keine Zeit mehr. Ja. Achso, wir müssen nach links gehen. Juhu. Oh Gott. Danke für den Follow FF Skate 04. Halligchen, wir kommen. Danke, dass du da bist. Nyauuu. Okay, okay. Oh nein. In 3, geschmeidige 3. 3, 4. 4 will er. Ich hab, ich hab in 3. Wo ist denn das Loch hier? Ja. Ich muss da runter links, erst auf den Fall den Zeichen. Entweder rechts oder links, sollte ich links gehen. Da geht aber auch. Der ist aber rechts rum. Ja. Oh, so cool. Oh, so cool. Oh, als ob du so weit kommst. Ich war voll weit hinten. Auch. MN4. Auch MN4. Dann bin ich jetzt mal MN4 zu. So. Da kam es leicht. Und dann da rein. Da runter. Darüber. Da, 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 da. Was ist denn das für ne Map, man? Oh. Ja, du musst erstmal da hoch gehen. Also nicht gerade hoch. So ein bisschen schräg hoch. Genau. Und einfach nur links rein und dann hast du es ja eigentlich schon fast geschafft. Wunde man sich die Netmitte vorher mal anschauen? Kann man mit V, ja. Mit V. Mit V, dann D, R, S, D und mit Glättas. Da kannst du dann rum eiern. Okay. Genau. Er hat eiern gesagt. Hihihi. Danke für die Schnuddel rufen. Du hast mal ne commande gefunden. Da musst du ja nur drei, äh nur reingehen. Und dann ist das da ein bisschen, dann ist das, äh, random, wo du hinkommst. Wow. Ja. Oh. Das ist zonen-one, meine Freunde. Du hast Glück gehabt, ja. Es ist eine random-Map gewesen. Nicht so weit für dich. Ja. MN4. 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 Ich hab's aber trotzdem nicht geschafft ins Ziel zu kommen direkt. Ja gell? Ja, ich hab's auch nicht. Also ich bin da oben in die Mitte reingekommen, aber das ist nicht Instant Haul, wenn ich schnell genug bin. Und oben links und oben rechts sind direkt ein Haul, wenn man da reinkommt. Ja, oben rechts. Aber die sind damit doch beschissener zu bekommen eigentlich. Ich find die oben links oben rechts und Minus 3 gegeben oder so. Erza! Lüft! 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 Achso, das ist ja ganz, ganz oben, ist auch mal ein Loch. Ja, ich war im zweiten Ring. So. Ähm, das geht nur, wenn auch die Katze unten im Bild ist. Erza müsste quasi was schreien, damit die im Bild wäre zum Umarmen. Ach, schau. Man hält quasi nur so 5 Minuten, glaub ich, dann verschwindet man. Hä? Was muss ich? Nö, alles gut. Da wollte ich immer den Chat umarmen. Achso! Rote Katze, ne? Die Katze ist grad nicht da genug. Ja, ja. Jetzt hast du da gleich. Mingoshi will komplett rüberfliegen. Nur noch einfach einen normalen Weg, einfach irgendwo rein. Ja, ja. Oh! 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 Fast! Ah, fast. Fast, fast. Aber wenn ich, wenn ich mich... Achso. Das sind mal ein Skill, Leute. Das sind mal ein Skill. Das sind mal ein Skill. Mhm. Ja, ja. Hoppa. Hehehe. Skill. Zack, Ben. Oh ja, ich bin nicht zunächst. Aber jetzt. Aber jetzt. Aber jetzt. Er ist umarmen. Wow. Komm her, Ersi. Ja, umarmen. Ja, umarmen. Ich bin selten genutzt, aber ich bin schön, wenn es mal ab und zu mal geht. Ich habe das auch mit Fairy-Tail-Fibürchen gehabt. Mit Fairy-Tail? Hm. Ah, okay. Das ist Scarlet. Was. Das. Ne! Na jetzt auch mal. 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 Na ja, ich hab aber zu schwach geschlagen leider. Oh, mein. Als ob ich hier am Rand hocke. was muss ich hier machen einfach bloß runterfallen ich war nicht schnell genug und deswegen bin ich erstmal auf die ziel auf dem rand der linie reden lernen babbel immer noch zu fest und mingosche will gestoppt werden er sieht schon besser aus jawoll er sah und mingosche hat es auch runter soo noch 3 auf erza was ist die map ist besoffen ja die map ist ein bisschen besoffen nein ich fall runter in geschmeidige 2 also die sind 1 möglich bestimmt aber schon schwer ja hi was soll ich denn das jetzt machen sind ja weil das weil das alles sind fägelächer weil das alles ist einfach nur fägelächer also wo bist du schade jetzt direkt rein von da aus schade ich gehe doch schneller runter dumme eisfläche ich wollte es den wust mitnehmen schade hier musst du langsam die wände und die wand hochkleinten so gesehen ich nehm da die mitte ach verdammt ich kann nicht gerne so gut die map ooooh hole in 2 in 1 also hole in 2 hole in 2 also ja danke waffen unsher bodenlos wenn du dann wieder zwischen diesem loch da gehst und dann richtig geschwindigkeit hast dann gehst du direkt ins loch rein ey ooooh ich bin auch unten oh lol hehehe abgebauend bleib los liegen du sau ach greif mach 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 schon lau das kann man schon sagen ja das ist ja schon das ist ja schon minimall den goshi noch schlagen bevor die zeit abläuft und dann haben wir gerade mal gewonnen guck mal den goshi nimmt einen ganz anderen weg hm 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 tern mit euch ist es immer schön hm danke tue gleich mal ey ich bin einfach geradeaus ins loch da wo die kristalle sind oh god ha 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 ich will gar nicht so ich will einfach geradeaus schlagen mit meinen kristallen jup ooooh schade bingo du roll ich wieder weg das passt mal auf meinen sniper schuss auf genau den meinte ich ja auch hehehe ja ja perfekt alle drin ich hab ein sniper schuss oh was hast du für ne scheiße was ist hast du ein rotz ich bin grad überlegen ob ich auf jeden Fall schräg gerade drüber schauen sollte also mit voll speed also ich mach jetzt mal hier ein hole in one leute ne danke oh NEIN beziehungsweise von Anfang an nur ein bisschen fester schlagen mit zwei entlang und dann seid ihr sofort drinnen ja auch wirklich ja was ja okay du musst geradeaus da wo diese dinger sich bewegen die stärker schlagen mhm hey achso da hinten viele ja komm achso da sind ganz viele löcher ja du kannst nicht nur eins sondern mehrere ziele auf einmal ne mehrere ja du kannst dann ja ich hab es dann erst hier gewinnen okay krass krass Ooooo dritter ok ja ok 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 ja ok ok das war richtig rollig von mir acht einfach was ich bin zu schwach gewesen also jetzt aber ich habe es echt nichts gemacht heute mit den acht mit dem das sind die fünf schläge die ich gerade eben verloren habe der maus ist einfach kaputt nie wieder so ein billig maus i am adrian die wassermelone hallchen wie geht es dir schön dass du reinschaut guten morgen und das ist die letzte map für heute aber ich hoffe du hast viel spaß bei uns und willkommen endlich endlich ich wollte nur was zeigen ich war dritter ja dann schafft man dann dann sieht man ja nicht wir schlafen die nacht zum nächsten mal bis zum nächsten mal ja komm 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 ja 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 okay jetzt aber jetzt aber jetzt aber das ist das ist mega schwer ich glaube im anfang hole in one machen ist noch bessere lösung Nein, Alter, das ist Reudig hier, das ist Reudig. Das ist Reudig, let's go. Hier sammle ich jetzt, okay, kompressen. 14 einfach, boah, das ist schwer. Das war schwer hier unten. Ja, Migoshi ist da, ne, man muss Migoshi ist da. Den 1 sagtest du, kann man das machen? Manchmal, weil ich gleich hinten links ziehe, oder was? Manchmal. Ja, 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 komm. Oh, du hast geschafft, Christian, nice. Ja, ich hab's nicht hinbekommen. Das war mega schwer, die Map. Das ist nicht einfach. Alter, nach rechts. Doch, das ist machbar, nein. Das ist gut, aber ich hab auch 14 gemacht. Das Map, Alter. Ja, das ist machbar, aber das ist schwer wie Sau. Junge, mich. Ich bin gut. Dann schlaft schön und er ist schon da gestern wach. Auf jeden Fall schlafen gehen dann. Oh, das ist jetzt random hier. Da ist, da ist ein Secret Hole, sehe ich gerade. Ja. Treff ich das Secret Hole direkt? Ah, komm, 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 Secret Hole. Ja, komm, bitte, bitte, bitte. Ja, 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 ich bin richtig. Jawoll. Ich bin Nolan Ball. Ich hab wirklich leicht geschlagen. Du hast nicht hochgekommen. Hallo. Ey. Oh, das war ein Foul. Go, Erza. Go, Erza. Aber das ist mal ein gutes RNG-Ding, weil du kannst hier auch wirklich ein Schlagkasten, wenn du unten rausfällst. Nicht wie beim nächsten. Oh, ja. Oh, alles auf. Nice, nice. Hier geht echt ein paar Roll. Also, es geht, also, ich bin nice. Oh, Luki. Nach links. Ach, schade. Ja, oh, doch, doch. Ja, jetzt hast du es, jetzt hast du es. Wunderbar. Jawoll. Das ist eine coole Map. Das ist eine coole Map. Ja. Super, Automat. Et, schon jetzt? Ich denke mal, wir gehen zu hoch zum Roboter. Aufzugrämer, Alt. Oh, Leute, der kommt gut, der kommt gut. Oh, der hat fast einen Holborn bekommen. Fand ich ganz gerade, leider. Hä? Der war gut, der war richtig gut. Das könnte mich jetzt auf dem ersten Platz befördern, wenn Erza ein bisschen braucht hier. Nein. Im Dreckland dazu. Aber ich glaube, Erza macht das noch. Nicht nämlich gut. Ja. Ähm. Ah. Oh, nee. Ihr Schläge willst du nicht brauchen, Leute. Nein, ich roll wieder runter, ey. Ja, und ich roll wieder runter. Ja. Ja. Ja, Erza hat das gewonnen. Zwei Schläge Vorsprung. Gigi. Nein. Gigi. Also, du musst schreiben. Also, müssen, musst du nur sterben. Also, sind wir jetzt echt schon fertig? Wir sind fertig, ja. Wir sind direkt von Anfang nach ganz oben gegangen. Du gehst den normalen Weg, so gesehen. Ich. Ähm. Ähm. Äh, ja. Achso, da hast du, lol, der Keld, lol. Du bist durch die Nächsten geflogen. Hier ist das Ziel, da vorne. Oh, nee. Oh, nee. Oh, ja. Oh. Wir müssen, wir müssen echt mal eine Golfrunde machen, um die Set nicht erlaufen. Ach, disch. Dann müsste man... Konzession. Oh. Ah, nice. Gezäck. Erzigen. Gigi. Ich bekomme, ich bekomme einfach die Katzen, oh, ich will die Katzen on haben. Oh mein Gott, ich habe goldene Scheiße bekommen. Goldene Scheiße, das ist auch wenigstens noch gut. Das ist die Scheiße am Dampfen. Ich möchte wenigstens mal ein bisschen, ähm... Ich weiß nicht, die Katzen-Dinger bekommt man, glaube ich, nur nach Maps, ähm, so als Belohnung. Die kann man, glaube ich, gar nicht kaufen. Aber welche Rarität haben die denn? Ach, hier, sehe ich gerade. Ultra-Ware. Die sind nicht teuer. Haben wir gerade eine Cartoons-Mock bekommen. Hab ich auch hier. Lieb sich nur an. Nice. Als würde ich auf den Schädel-Juggen reiten. Dann, ähm, bedanke ich mich an euch allen, dass ihr da warteten, für den Vorschlag, Läufel zu zocken, ne? Für heute war es das. Ja. Und schlaft schon gerne wieder, ne? Habt euch lieb. Ich schlafe auch schön. Ja. Tschö. Tschaui. Tschaui. So, und auch Tschüss an euch. Danke, dass ihr da wart. Habt euch lieb. Und wir sehen uns morgen, heute in 14, 13,5 Stunden wieder. Also auf jeden Fall sehr bald schon. Dann bis morgen und schlaft schön. Und danke, dass ihr reingeschaut habt. Mua. 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 Danke schön, Ruck, dass es dir gefällt. Und schlaf schön. Mua. Mua. Tschüssi. Vielen Dank.